Falls Sie weiterhin Ihre Teach-In-Tasten für das Auslösen der Teach-In-Sequenzen nutzen möchten, ist dies kein Problem. Weisen Sie einfach den Fahrhebel noch einmal Ihrem Traktor zu. Drücken Sie hierzu die links angezeigte Taste. Bestätigen Sie die Nachricht. Aktivieren Sie die Teach-In-Reservierung. Danach können Sie den Fahrhebel wieder dem Gerät zuweisen. Bestätigen Sie die Nachricht. Deaktivieren Sie jetzt den Fahrhebel. Bestätigen Sie die Nachricht. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, bis zu sechs Funktionen dem Fahrhebel zuzuweisen. Der Vorgang ist der gleiche wie zuvor. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Gerät den AUX-Standard unterstützt, aber Sie keine Funktionen dem Fahrhebel zuweisen können, könnte Ihre eingestellte AUX-Version die falsche sein. Um dies zu ändern, gehen Sie in das Menü Einstellungen durch einmaliges Drücken der Taste. Sie sehen entweder 2.0 AUX N oder 1.0 AUX O neben dem Punkt Generation. Ändern Sie diesen Eintrag, indem Sie diese Option einmal drücken. Wählen Sie danach die andere Generation aus und drücken Sie Bestätigen. Klicken Sie die OK-Taste in der Nachricht. Der Isobus des Traktors wird jetzt neu gestartet. Es kann unter Umständen einige Minuten dauern, um die Terminalmaske zu laden. Bitte beachten, berühren Sie während des Ladevorgangs nicht das Terminal. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie Bestätigen. Drücken Sie jetzt die Zurück-Taste. Sie sind jetzt zurück im Menü für die Fahrhebelzuweisung. Bitte fahren Sie fort, wie zuvor beschrieben.